Lieber Ferdinand, ich hoffe du schaust zu, erinnerst du dich noch an unsere kleine Wette? Du hast mir doch neulich nicht glauben wollen, dass ich 2,5% Zinsen auf mein Sparkonto bekomme. Dem ersten Euro spesenfrei und täglich verfügbar. Du mit deinen Notkummer irgendwas zinsen? Wolltest du nicht einen Besen fressen, wenn das stimmt? Ferdinand, hier sind meine 2,5%, hier ist dein Besen. Hier, hier, hier. 0800 22 11 22, ING DIBA. Die Bank mit dem Direktvorteil. Ich zeige euch jetzt mal viel Spaß an unsere Mutter!